In Zeiten von Corona muss man aufpassen, dass man sich richtig verhält. Einerseits um sich nicht anzustecken, andererseits um andere nicht zu gefährden. Aber wie geht das? Yes, und damit herzlich willkommen zu unserem Stream. Hashtag in Zeiten von Corona. Das ist Ben, ich bin Svenja und in normalen Zeiten arbeiten wir eigentlich bei Reporter. Aber in Zeiten von Corona sitzen wir hier schon seit Anfang dieser Woche und wollen mit euch über das Thema Corona und alles, was daran hängt, sprechen. Ja, das ist natürlich auch für uns hier im WDR eine total verrückte Zeit. Und deshalb haben wir uns als Funk-Format mit 1Live zusammengetan, um hier jeden Wochentag einen Livestream auf die Bühne zu sch- Auf die Bühne? Ja, kann man sagen, ne? Auf die Bühne zu bringen. Auf die Kette zu kriegen. So, ne? Auf die Kette zu kriegen. Und wie lange wir das machen, weiß man nicht so genau. Vielleicht, wie lange es nötig ist, wie lange wir können. So lange, wie wir gesund sind und so lange, wie wir diesen Abstand von Poolnudeln zwischen uns halten. Genau. Seit Anfang der Woche haben wir in jeder Sendung auch ein Oberthema. Das haben wir auch heute. Es geht heute darum, wie kann ich mich und auch andere in Zeiten von Corona schützen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, stay the fuck home. Also dieser Hashtag, den gibt es gerade überall im Netz. Den habt ihr mit Sicherheit auch schon gesehen. Und ganz ehrlich, es kann doch nicht sein, dass die Parks und die ganzen Wiesen immer noch voll sind. Ihr möglicherweise sogar aus der gleichen Bierflasche trinkt. Das ist echt kacke. Wir sollten darauf achten, dass dieser Virus nicht so schnell verbreitet wird. Und deswegen bleibt einfach zu Hause. Tatsächlich haben sich auch ganz viele schon gemeldet mit solchen Kommentaren. Zum Beispiel hat Schmidt auf dem YouTube-Kanal von uns bei Reporter geschrieben, es ärgert ihn total, dass es anscheinend die Leute immer noch nicht kapieren, in den Eiskafés sitzen. Und er sagt, ey Leute, das gerade ist kein Urlaub. Das ist eine Auszeit. Und wir sollten versuchen, den Virus zu bremsen. Ja, dass das offenbar nicht alle verstehen, dafür haben wir einen Videobeweis. Den zeigen wir euch jetzt mal. Das ist am Düsseldorfer Hafen gestern gewesen. Und ja, da feiern alle fröhlich das gute Wetter. Das ist natürlich auch irgendwie verständlich, dass es einen da rauszieht. Aber das ist wirklich gerade in den aktuellen Zeiten wahnsinnig unvernünftig. Und das sollten wir so nicht machen. Ja, Social Distancing sieht anders aus. Genau, das sieht so aus, wie wir das hier machen. Aber so nicht. Genau. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, also wenn es darum geht, um Ansteckung, um Infektion oder wie ihr euch besser schützen könnt, dann schickt uns die. Gerade heute. Es wäre cool, wir können nämlich nicht immer alles beantworten, wenn ihr eure Fragen zu diesem Thema schickt. Wir haben auch eine Expertin heute da, Lisa Weitemeier. Sie arbeitet bei Quarks und ist Wissenschaftsjournalistin. Also schickt uns die Fragen. Wir versuchen die dann nachher mit Lisa zu beantworten. Ja, aber jetzt holen wir uns erstmal den aktuellen Stand der Nachrichtenlage ab. Von unserem Lieblingskollegen Jan. Genau. Die, die den Livestream hin und wieder sehen, die wissen ganz genau, wer jetzt kommt. Hallo, schönen guten Tag. Hallihallo Jan. Hi. Na, also, ich habe was vorbereitet. Ja, ich auch. Der eine oder andere hat sich wahrscheinlich schon gefragt, gestern Abend auf der Couch, als er vielleicht die neue Serie gesuchtet hat. Irgendwie war die Quali ein bisschen schlecht. Ich hatte das tatsächlich auch den Fall. Woran liegt es? Also, es ist so, dass momentan das Netz ein bisschen höher frequentiert wird als sonst. Also, wir hängen ja jetzt häufiger zu Hause ab wahrscheinlich. Und telefonieren mehr, chatten mehr, streamen mehr etc. Und ich wollte mal hinterher gehen und habe mal ein paar angerufen. Unter anderem die Bundesnetzagentur. Das ist quasi vom Staat aus die Institution, die das ganze Netz so quasi vergibt und unter Kontrolle hat. Und die haben gesagt, eigentlich können sie noch nicht so richtig erkennen, dass der Anstieg höher geworden ist. Und auch wenn es so ist, das Netz ist stabil. Sind ja alle in den Parks, dachte ich gerade. Das Netz ist auf jeden Fall stabil. Und die sind auch in ständigen Kontakt mit Anbietern, wie zum Beispiel Telekom, Vodafone oder Telefonica. Das ist ja O2. Das sind die drei großen, die sich ja quasi das Mobilnetz aufteilen in Deutschland. Und die sagen, es ist alles safe und alles easy. Und wenn da jetzt mal ein bisschen was passiert, dann könnte das eher eigentlich an deiner Internetverbindung hängen, als dass es gerade mit der Situation zu tun hat. Es kann sein, dass das jetzt ansteigt, weiß man aber nicht. Ich habe mal mit der Telekom gesprochen, als größter Netzanbieter. Und die sagen auch, das Netz ist gut ausgelastet, aber nichts jetzt größer als sonst. Und selbst wenn, hat zum Beispiel die Telekom und dann auch die ganzen anderen haben Notfallpläne und auch selber Pandemiepläne. Also die haben Pläne für den Katastrophenfall, weil die sind ja auch vom Staat verpflichtet, auch das Telekommunikationsnetz und das Internetnetz ja quasi in Betrieb zu halten. Und die Bundesnetzagentur hat auch wieder gesagt, selbst wenn der Fall eintreten würde, dass es zu viel wird, greifen die eh ein und werden ein bisschen einschränken müssen, damit also alle Telefonnetze etc. pp. funktionieren. Ja, ist doch schön, wenn wenigstens in diesen Zeiten dann etwas versucht wird für unser Netz, sage ich mal. Wahrscheinlich hat der ein oder andere es auch gesehen. Mir wurden immer wieder krasse Fotos bei Instagram zum Beispiel angezeigt von überfüllten Flughäfen, auch gerade in Frankfurt. Da kommen gerade alle an, die von der Rückholaktion von Mars zurückgeholt wurden. Was sagst du dazu? Wie wird es in den nächsten Tagen aussehen? Ja, die Rückholaktionen, die sind ja gerade, passieren ja gerade. Und das wird auch noch was dauern, bis man die alle zurückgeholt hat. Es gibt auch noch einzelne reguläre Flüge aus einzelnen Flughäfen, die auch noch zurückgehen. Da bleibt man auch bei. Also Eurowings oder Ryanair Lufthansa, wie sie alle heißen. Allerdings ist es auch so, dass die jetzt auch den Flugverkehr mehrheitlich einstellen. So Lufthansa zum Beispiel hat 95% aller Flüge gestrichen. Ryanair fliegt nur noch 20% ihrer Kapazität. Und wird ab Dienstag auch nochmal nur auf die essentiellen Verbindungen runtergehen. Also wo man wirklich Leute von A nach B bringen muss oder auch vielleicht nochmal aushelfen muss, um Güter, also irgendwelche Waren von A nach B zu bringen. Auf jeden Fall ist es so, dass jetzt noch einige Sonderflüge ja gestartet werden. Es gibt auch noch ein Sonderflugangebot von Einzelnen. Das kostet dann zwar was, aber so wird zumindest garantiert, dass man zurückkommt. Flughäfen, wie auch zum Beispiel auf Mallorca, sind eigentlich Geisterflughäfen. Außer es ist gerade was los. Das ist wirklich crazy. Und dann wird aber noch kontrolliert. Es gibt noch mehr Kontrollen. Es kann zu längeren Schlangen kommen. Aber das ist alles eher nur, weil man einfach jetzt etwas krasser kontrolliert als sonst. Und das wird sich wahrscheinlich noch die nächsten Tage so ziehen. Aber nächste Woche wird auf jeden Fall der Flugverkehr noch drastischer reduziert. Ich habe jetzt gehört, es soll auch irgendwie Neuigkeiten bezüglich des Impfstoffs geben. Was weißt du da genau aus? Ja, es ist auf jeden Fall ja so, dass einige forschen. Aber eine, die da ganz vorne mit dabei sind, ist die Firma CureVac in Tübingen. Das ist ein Arzneimittel- und Medizinhersteller. Und die forschen da schon seit Wochen dran. Und die haben jetzt gesagt, dass es ganz gut aussieht, dass sie jetzt bald mit, ja, letztendlich Tierversuchen erst mal anfangen müssen. Und dann ab Spätfrühjahr, Anfang Sommer mit Menschen auch das testen werden. Das ist ein ganz normaler Prozess, dass man sowas erst mit Tieren testet und dann mit Menschen. Und dann hoffen die, dass sie im Sommer oder Herbst diesen Impfstoff dann auf dem Markt haben. Und das könnte das dann alles halt, ja, diese ganze Pandemie im Endeffekt dann eindampfen. Ja, ich würde sagen, wir drücken die Daumen den Menschen, die da forschen. Ich danke dir für die Information. Ja, gerne. Und Informationen sind ein ganz gutes Stichwort. Denn wir merken an euren Fragen und an euren Kommentaren, dass Informationen, vor allem irgendwie halbwegs gesicherte Informationen, euch total wichtig sind und irgendwie das sind, was gerade alle in diesen unsicheren Zeiten brauchen. Und deswegen haben wir jetzt Lisa Weitemeyer eingeladen. Die ist aus der Wissenschaftsredaktion vom WDR. Und wir gehen jetzt mal rüber an unseren Screen und unterhalten uns über eine Frage, die, glaube ich, gerade allen auf den Nägeln, bei unter den Nägeln brennt, Lisa. Und zwar, wir haben jetzt gerade diese Maßnahmen und ich glaube, wir merken die alle, die sind besonders krass. Uns hat uns zum Beispiel auch H. Kabor gefragt, wie lange müssen wir die Maßnahmen noch durchziehen? Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, bringt das schon was? Wir haben eine Grafik vorbereitet, wollte ich immer schon mal sagen. Ich habe ja schon mal was vorbereitet, wo wir zeigen, wir wollen natürlich jetzt sofort was spüren. Das wäre super, wenn ich merke, okay, wir schränken uns jetzt alle ein, wir treffen unsere Freunde nicht mehr und zack, gehen die Kurven nach unten. Das wird aber dauern, weil die Leute haben sich ja schon längst angesteckt. Und das heißt, es dauert so fünf bis sechs Tage, sagt man, bis die Symptome ausbrechen. Dann musst du natürlich schwer genug genügende Symptome haben, damit du überhaupt zum Arzt gehst. Dann dauert das, bis der Test gemacht wurde und bis der Test dann irgendwann in den Statistiken auftaucht. Das heißt, man sagt, man hat so ein Delay von zehn bis zwölf Tagen. Jetzt haben wir ja schon ein paar Tage die Maßnahmen. Also in so 19 Tagen könnte man eventuell sehen, dass die Kurve leicht nach unten geht und zumindest nicht mehr so stark steigt. Und haben wir es dann hinter uns? Nee, nee. Ist natürlich total schwierig. Wir als Wissenschaftsjournalisten, wir haben normalerweise wissenschaftliche Studien, wir haben Evidenz, wo wir sagen können, höchstwahrscheinlich ist es so. Das gibt es jetzt aber bei dem Virus noch nicht. Das heißt, wir müssen mit Modellrechnung schauen, wie könnte es eventuell sein. Das kann niemand seriös prognostizieren. Aber jetzt geht seit gestern, vorgestern so eine britische Studie, eine Modellrechnung durch die Medien. Wir haben uns das gestern ganz lange angeguckt und mit Wissenschaftlern gesprochen. Und was man sagen kann ist, das wird nicht Ostern vorbei sein. Wenn wir uns jetzt einsteigen. Genau. Jetzt denkt man ja, wir schränken uns jetzt ein und dann geht die große Party an Ostern los. Das wird es nicht geben. Es gibt so drei verschiedene Modelle. Entweder wir machen überhaupt gar nichts. Dann steigen die Fälle ganz krass. Wir haben irgendwann einen Peak, so in zwei, drei Monaten. Super viele Leute sind krank, Krankenhäuser überlastet. Wollen wir nicht. Auf keinen Fall. Wer jetzt sagt, naja gut, aber die Situation ist ja gerade gar nicht so krass. Man muss sehen, wir sind erst ganz am Anfang von dieser Kurve. Also die Kurve, wir haben ja vor zwei Tagen am Montag schon mal gesprochen. Da haben wir sie gesehen, so eine exponentielle Kurve. Also, da sagst du, da sind wir erst ganz weit unten. Genau, die wird noch weiter steigen. Zweite Möglichkeit, haben wir auch schon darüber gesprochen, flatten the curve. Wir versuchen, die Kurve zu drücken. Das kann funktionieren, muss man aber super lange durchhalten. Und es ist schwierig, das zu kontrollieren, dass die Kliniken nicht doch überfordert sind. Und dann kommt Möglichkeit Nummer drei. Eigentlich das, was wir gerade machen, ist totale Unterdrückung. Ich versuche, die Fälle zu isolieren, die ganze Familie gleich mit oder die Leute, die in der WG wohnen, auch mit. Schulen sind geschlossen und wir müssen uns alle sozial distanzieren. Das kann funktionieren. Problem ist nur, wenn wir das jetzt ganz weit nach unten drücken, dann haben wir kaum Leute, die immun sind. Weil du musst es ja kriegen, damit du immun bist. Heißt, wenn wir diese Maßnahmen wieder lockern, dann schnellen diese Fälle wieder zack nach oben. Und deswegen ist das Modell, heißt nicht, dass das die Lösung ist, ist aber ein plausibles Szenario. Genau, dass du in Wellen versuchst, diese Epidemie zu kontrollieren. Das heißt, du hast krasse Maßnahmen. Irgendwann lockerst du die ein bisschen. Die Leute, die es haben, bleiben trotzdem zu Hause. Die Schulen können vielleicht wieder aufmachen. Wir müssen uns nicht mehr ganz so krass sozial distanzieren. Und wenn die Fälle dann wieder steigen, dann musst du die Maßnahmen wieder einschalten. Also so on and off switchen. Aber du hast zwischendurch Phasen, wo du durchatmen kannst. Und das musst du machen, bis es einen Impfstoff gibt. Ja, also vielleicht bringen wir das mal zusammen mit dem, worüber wir am Montag gesprochen haben. Nämlich, wir haben ja gesagt, wir können das jetzt nicht einfach losgehen lassen, weil dann geht uns irgendwann die Kapazitäten in den Krankenhäusern aus. Da sind nicht genug Betten da. Und jetzt versuchen wir es quasi dann im Zweifelsfall so zu portionieren, dass wir es immer handeln können, bis wir die 60 Prozent, über die haben wir auch gesprochen, bis wir die erreicht haben und so eine Grundimmunität da ist. Genau, das ist der Punkt. Wir müssen eigentlich bis zu den 70 Prozent hin. Wir brauchen diese immunen Menschen, damit sich das nicht weiter ausbreiten kann. Das geht entweder über einen Impfstoff, das wäre super, wenn wir den irgendwann haben, das dauert aber noch, oder eben dadurch, dass sich die Leute anstecken. Okay, krass. Ja, das ist doch irgendwie heftiger, als man sich das jetzt so vorgestellt hat. Ja, man hat das vielleicht ein bisschen unterschätzt. Wie gesagt, das sind Modellrechnungen. Ich kann nicht sagen, es wird so kommen, aber das ist ein Szenario, mit dem man momentan vielleicht arbeitet. Aber man muss sich jetzt ein bisschen darauf einstellen, also man sollte jetzt nicht die naive Hoffnung haben, in zwei, drei Wochen haben wir das Ganze hier hinter uns gebracht und dann ist alles wieder wie vorher. Und ich finde es wichtig, dass man darüber redet, dass es so kommen kann, damit man nicht völlig überrascht ist, wenn es dann eventuell nochmal wiederkommt. Wir haben noch ein paar lebenspraktischere Fragen, also vor allem jetzt für diese Zeit, in der es ja darum geht, sich voneinander zu distanzieren, gesammelt. Ja, ja, Gigi hat auf YouTube Reporter geschrieben, darf ich mich jetzt eigentlich noch privat mit ein oder zwei Personen in den eigenen vier Wänden treffen? Meine Arbeitskollegin hat ein super Konzept, das nennt sich Premium-Kontakte. Es geht ja darum, dass wir das nicht an so viele Menschen weitergeben. Wenn du dir aber zwei, drei Freunde suchst, vielleicht lieber zwei, die du in der nächsten Zeit häufig sehen willst und nur die, dann suchst du dir die aus und ihr könnt euch ab und zu treffen in den eigenen vier Wänden. Man sollte aber nicht noch nebenbei drei andere Freunde haben, weil dann geht es ja wieder ping-pong-mäßig los. Also nicht jeder von denen drei, sonst hat man schon irgendwie... Genau, immer nur dieselben, du musst dich einigen. Willst du meinen Premium-Kontakt sein? So ein Mini-Grüppchen. Ein Mini-Grüppchen. Der Grüppchen ist schon zu viel gesagt einfach. Eine Mini-Zweier-Partnerschaft. Es ist ja auch schwierig, sich wirklich komplett zu isolieren. Da ist nicht klar, was das für Folgen hat. Deswegen so ein paar Leute, die du wirklich lange sehen möchtest. Psychologisch, da wollen wir nämlich morgen auch mal drüber reden. Viele sind jetzt alleine und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Frage, wie das auf den Menschen eigentlich sich auswirkt. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt, wir waren gerade bei zweier Beziehung. Dina Kahr hat auf Facebook-Reporter gefragt, mein Freund und ich wohnen nicht zusammen. Sollte man jetzt Intim-Kontakt eher meiden? Also es ist ja so, die Tröpfchen-Infektion ist der Hauptübertragungsweg. Wenn wir uns schon so nah sind, beim Sprechen werden Tröpfchen ausgetauscht, beim Küssen werden Tröpfchen ausgetauscht, dann ist jetzt sehr intimer Kontakt nicht mehr das Schlimmste. Ja, ein Stück weiter zu gehen ist dann auch... Eben, genau. Ja. Okay. Weil es ist ja sowieso, genau, Küssen ist fast schlimmer als nur Sex. Definitiv. Weil es ist nicht wie Aids, dass es im Blut oder irgendwie überall in den Körperflüssigkeiten ist. Ja gut. Katharina Maria fragt uns noch, wie soll man sich eigentlich verhalten, wenn man nach Hause kommt? Soll man dann sich erstmal dekontaminieren? Muss man sich mit Alkohol abreiben oder reicht Händewaschen? Wann kann man beruhigt sein? Desinfektionsdusche? Nein, Händewaschen reicht, sagt man. Aber wirklich richtiges Händewaschen. Nicht so einmal drunter halten und dann ist gut, wie das sonst manchmal passiert. Vielleicht wirklich so 20, 30 Sekunden richtig schön einschrauben. Und zwischen den Fingern. Zwischen den Fingern und dann die Fingernägel nochmal. Ich habe schon mega raue Hände von dem ganzen Händewaschen. Aber das sollte reichen. Okay. Das waren die Fragen, die ihr uns vorhin eingestellt habt. Svenja hat bestimmt auch noch ganz viele Live-Fragen von euch. Deshalb schicke ich dich jetzt zu Svenja aufs Sofa. Und ja, da könnt ihr weiterkutschen. Hello Lisa. Na? Ja, tatsächlich kam was. Ich warte mal kurz. Genau. Agnes hat auf Facebook gefragt. Von der aktuellen Stunde auf dem Account. Oder beziehungsweise eher, es ist ein Kommentar, was ganz gut dazu passt. Sie sagt, ich bin Lungenpatient und habe geringeres Lungenvolumen. Und sie sagt, sie hat keinen Bock, nur weil andere keine Rücksicht nehmen, dass sie darunter leidet. Kann ich verstehen. Ich finde, das passt wieder dazu, was ich am Anfang auch gesagt habe. Leute, stay the fuck home. Haben wir vorhin schon öfters gesagt. Das ist gerade total wichtig. Ich denke auch. Es ist ja total bescheuert, dass wir so krasse Maßnahmen haben wie die Schulen bleiben geschlossen. Super viele Cafés sind zu. Das hat ja krasse wirtschaftliche Folgen. Und dann gehen die Leute trotzdem raus. Das ist einfach nicht sinnvoll. Es ist total blöd, muss man so sagen. Und so wird es nicht funktionieren. Ja, total. Das passt auch dazu. Mustafa hat uns geschrieben auf YouTube. Ey Leute, wann kommt eigentlich endlich die Ausgangssperre? Ich habe das Gefühl, dass gerade im Netz auch so ein bisschen das umkippt. Und ganz viele sagen, hey Leute, wie wäre es, wenn wir eigentlich die Ausgangssperre kriegen? Es wäre gar nicht so schlecht. Alice hat auch geschrieben auf YouTube. Ich sehe das wie du. Der Shutdown wird langsam Zeit. Die Leute begreifen das einfach nicht. So als Erziehungsmaßnahme, dass man versteht, was es bedeutet. Und dass man sich wirklich daran halten sollte. Ich bin kein großer Fan der Ausgangssperre. Aber wenn die Leute sich trotzdem draußen alle weitertreffen, dann bringen die ganzen Maßnahmen nichts. Ich glaube früher, das sind jetzt nur Mutmaßungen. Auf dem YouTube-Kanal von Reporter hat uns Amanda auch gefragt, wieso gibt es so wenige Zahlen von Genesenen? Liegt es daran, dass die Erkrankten nach der Genesung dann nicht mehr getestet werden? Es gibt ja schon Zahlen von Genesenen. Die werden nur häufig nicht transportiert. Okay. Und das dauert natürlich ein bisschen, bis das Virus nicht mehr nachweisbar ist. Aber es gibt ja so super schöne Grafiken, wo man sieht, wie viele sind gerade infiziert, wie viele sind gestorben und wie viele sind genesen. Das dauert natürlich ein bisschen, bis die Krankheit ausgestanden ist. Aber dann werden diese Zahlen auf jeden Fall angezeigt. Auf der YouTube-Seite von 1Live hat uns auch jemand geschrieben, Daniel, er fragt, wann steigt die Anzahl der Gehaltenen in Deutschland endlich? Das dauert natürlich ein bisschen. Das ist dieser Delay, dieser Verzug, von dem wir vorhin gesprochen haben. Es dauert, bis man getestet ist und bis diese Ergebnisse dann in die Statistiken eingegangen sind. Es dauert ja auch wieder ein bisschen. Die Krankheit muss ja erst einmal durch sein. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Das stimmt. Dann kursieren gerade auf WhatsApp ganz viele Fake News. Du hast es bestimmt auch schon mitbekommen. Zum Beispiel dieser Corona-Selbsttest. 10 Minuten Luft anhalten und du weißt, ob du Corona hast oder nicht. Was sagst du dazu? Wenn es so einfach wäre, wäre toll. Aber es ist totaler Schwachsinn, weil das Virus ist ja nicht unbedingt in der Lunge. Der Sinn dahinter, laut dieser WhatsApp-Nachricht ist ja, wenn du die Luft anhältst und dann nicht husten musst, dann weißt du, deine Lunge ist nicht angegriffen. Aber das Virus kann sich ja auch hier oben vermehren. Deswegen verbreitet sich das auch so schnell im Rachenraum. Das heißt, es muss gar nicht bis in die Lunge gehen. Manche Leute haben hier nur Halskratzen oder Husten. Dann ist es vielleicht wirklich nur hier oben. Die haben gar nicht diese krassen Folgen wie eine Lungenentzündung. Und deswegen ist das Schwachsinn richtig Tests. Sehr gut. Und jemand hat auch geschrieben, regelmäßig Wasser trinken, das spült anscheinend die Viren weg. Genauso Schwachsinn. Die WHO hat dann nochmal eine Erklärung zugeschrieben, dass das keine richtige Maßnahme ist. Die Idee ist ja, das wird feucht. Und dann, wenn du viel trinkst, dann spülst du die Viren durch die Speiseröhre zur Magensäure und die killt die dann. Funktioniert nicht. Auch nicht mit Alkohol, habe ich gehört. Sehr gut. Lisa, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder bei uns warst. Das hilft total. Ich glaube auch für euch. Es ist total gut, dass wir jemanden haben, der das wissenschaftlich einschätzen kann. Bleibt gesund, damit du uns noch erhalten wirst für die nächsten Wochen. Ihr auch. Ja, danke dir. Wenn ihr gerade eingeschaltet habt und euch fragt, was sehe ich hier gerade? Ihr seht den Livestream in Zeiten von Corona. Und wir haben uns hier zusammengetan, um euch jeden Tag die aktuellen Informationen und möglichst viel gesicherte Informationen zu geben, eure Fragen zu beantworten. Und als nächstes werden wir hier im Livestream mit einem Menschen skypen. Ist der denn schon in der Schalte drin? Dann gehen wir nämlich jetzt rüber zu Svenja. Ja, ich stecke mir jetzt gerade mal meinen klugen Knopf ins Ohr. Ich sehe sie da schon. Super, danke. Ah, ich höre sie schon. Danke. Genau, Ben hat es gerade schon gesagt, wir haben einen Gast in der Leitung bei Skype. Ihr seht ihn bestimmt auch schon unten rechts. Genau, das ist Tane. Hi, Tane. Hi. Tane kommt aus Heinsberg. Das ist ja so ein bisschen das Epizentrum gerade aus der Corona-Krise. Ich weiß nicht, ob der Witz jetzt so gelungen ist, aber kann man in der Zeit, in der wir aktuell sind, überhaupt noch Witze machen über dieses Thema? Ist Humor erlaubt? Also ich finde, Humor ist ganz, ganz wichtig, auch gerade in Zeiten von Krisen. Es ist natürlich ein wahnsinnig heikles Thema. Und das ist immer so bei Humor, je heikler das Thema ist, desto schwieriger ist es da, Humor einzusetzen. Ich glaube, was immer gilt, ist tatsächlich, wie das persönlich für einen ist. Weil Humor ist natürlich was super Subjektives. Entweder lacht man drüber oder nicht. Das heißt, fühle ich mich jetzt persönlich angegriffen von einem Witz oder eben nicht. Aber ich glaube, bei dem Thema ist vor allen Dingen auch wichtig, dass man das in der Basis schon ernst nimmt. Also wenn man das jetzt nicht ernst nimmt, dann hat man nicht mehr alle Latten am Zaun. Also das finde ich schon. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe vor zwei Wochen auch noch anders auf das Thema reagiert als jetzt. Ja, ich auch. Es gab einen krassen Switch vor einer Woche ungefähr. Weil vor einer Woche hatte ich so meinen letzten Live-Auftritt. Und danach ist es so gekippt. Und da hat man auch richtig gemerkt, dass es in der Bevölkerung angekommen ist. Auch bei mir, ehrlich gesagt. Weil vorher habe ich gedacht, ach komm, wir sind in Deutschland, wir haben ein wahnsinnig gutes Gesundheitssystem. Das war alles noch super weit weg. Und jetzt gibt es diesen Knick. Und ohne Witz, ich habe ja auch jetzt euren Livestream verfolgt. Und auch als ich einkaufen war, die Leute feiern eine Party hier in Köln, wo ich mir denke, sag mal, seid ihr eigentlich total bescheuert? Also wie geht das? Ich verstehe das nicht. Also ich bin jetzt auch seit einer Woche zu Hause. Und alleine rewe, da fühle ich mich schon unwohl. Ich bin auch ein totaler Hypochonder. Und wenn ich einkaufen gehe, ich finde es super unangenehm. Hypochonder in diesen Zeiten ist nicht gut. Aber diesen Switch von letzter Woche, den fühle ich total. Ging mir genauso wie dir. Ich hatte vorher auch Witze gemacht, aber jetzt schäme ich ein bisschen für das, was ich letzte Woche, Anfang der Woche noch gesagt habe. Ja, das stimmt auf jeden Fall auch, was du sagst, dass man das Gefühl hat, ganz viele Leute nehmen es irgendwie noch nicht ernst genug. Auf der anderen Seite, dein Metier ist Humor. Würdest du denn sagen, es macht vielleicht auch einen Unterschied, ob man jetzt Witze über die Krankheit macht oder über die Situation, in der wir alle stecken? Und kann das vielleicht sogar helfen? Ja, also wie gesagt, ich finde Humor generell super wichtig. Und es kommt auf den... Ich finde Humor auch. Ich habe ein Versprecher. Es kommt auf die Sachlage an, glaube ich. Also in welchem Kontext findet das statt, sage ich das gerade unter Freunden. Und sind wir alle auf einer Meinung, also auf einer Ebene und sind wir der gleichen Meinung, was das Thema angeht? Weil, wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, wichtig ist, dass man es in der Basis ernst nimmt. Und wenn man aber bestimmte Witze macht, ich habe ja letztens auch ein Foto gepostet. Ich persönlich fand das einfach an sich witzig. Da stand nämlich irgendwie in Zeiten jetzt der Corona-Krise, musste das... Die Biermarke Corona hat jetzt ihre Marke geändert, nicht mehr Corona-Extra, sondern in Ebola-Extra. Genau. Und ich fand es auch lustig in dem Moment, wo ich es gesehen habe. Das heißt ja nicht, dass ich automatisch dann das Thema nicht mehr ernst nehme. Ja, 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 absolut. Also ich finde auch die ganzen Klopapier-Witze, die man jetzt hört, die sind ja auch irgendwie witzig. Wobei ich es auf der anderen Seite schon fast nicht mehr lustig finde. Mir geht nämlich bald das Klopapier zu Hause aus. Und ich werde mich nicht trauen, neues zu kaufen. Da muss man gucken, wie ich damit umgelegt habe. Ich habe noch Klopapier. Ja, aber die Leute drehen ja auch komplett durch. Also ich habe auch echt ein Video gesehen, das war eigentlich nicht witzig, weil es eine ernste Situation war. Aber da haben sich so drei Herberts bei dm irgendwie um einen ganzen Wagenklopapier richtig gestritten. Und die haben fast eine Schlägerei angefangen mit der Mitarbeiterin von dm, die dann gesagt hat, das ist ja eine Rolle pro Haushalt. Und dann haben die gesagt, das ist aber meine Rolle, ich will die Rolle haben. Und dann haben sie sich zehn Minuten übelst angefahren, bis sie halt ihr Hausrecht durchgekriegt hat und gesagt hat, passen Sie auf, entweder verlassen Sie jetzt den Laden oder Sie nehmen eine Rolle mit. Und das ist schon irgendwo, also da kann man, das kann man nicht mehr ernst nehmen, was hier gerade passiert. Und das finde ich dann auch so lustig, wenn man dann sieht, irgendwie in Italien sind die Kondome ausverkauft, in Deutschland das Klopapier. Ja, Prost. Ja, ja, genau. Genau, das haben wir diese, ich glaube in Frankreich war es auch der Rotwein. Das habe ich diese Woche auch gesagt. Ich meinte, Leute, ey, wie traurig, in Frankreich ist das ausverkaufen bei uns Klopapier. Schön, was das über unsere Gesellschaft sagt. Ja, voll. Aber ich habe auch schon, ich habe Videos bekommen von Freunden, die so auf WhatsApp Klopapier verbrannt haben und gesagt haben, hier, eure Armut kotzt mich an. Fand ich auch ganz lustig, ehrlich gesagt. Haben wir denn schon Fragen aus der Community eigentlich? Ne, Fragen tatsächlich noch nicht, aber uns hat jemand bei YouTube Reporter geschrieben, Humor ist immer wichtig, aber bitte mit Rücksicht und mit Herz. Ja, was sagst du dazu? Ja, absolut. Also ein toller Kollege von mir, der Micky Beisenherz, hat auch geschrieben, wer jetzt in der Zeit befindet, dass Humor nicht angebracht ist, der hat den Ernst der Lage nicht verstanden. Und das fand ich perfekt. Also es fasst eigentlich die ganze Situation total zusammen. Voll. Uns hat auch noch jemand geschrieben, dass in diesen Zeiten auf jeden Fall Respekt angesagt ist. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, das passt auch gut mit dem Humor zusammen, solange man respektvoll ist und das auch zwischendurch mal mit einem Witz verpacken kann, ist es, glaube ich, genau richtig. Ja, was wir uns jetzt überlegt haben, zum Beispiel auch ein toller Kollege, der Oliver Polack, hat jetzt überlegt, was machen wir, weil wir Künstler sind ja eigentlich genau darauf angewiesen, dass wir in großen Menschenmengen unterwegs sind und dass Veranstaltungen stattfinden. Und wir sitzen ja jetzt auch alle zu Hause. Und dank Social Media hat der Olli Polack sich jetzt überlegt, wir gründen den ersten Corona-Comedy-Club. Und das ist am Samstag um 19 Uhr machen wir das auf seinem Instagram-Kanal bei Instagram Live. Und da machen wir quasi eine virtuelle Mixshow. Jeder Comedian sitzt zu Hause bei sich im Wohnzimmer und wird ein Set spielen, irgendwie so fünf bis zehn Minuten. Da sind tolle Kollegen dabei. Und wenn jemand jetzt sagt, ey, ich bin eh zu Hause, was jeder ja sein sollte, guckt mal rein. Es ist eine tolle Comedy-Mixshow und ansonsten, wenn ihr keinen Bock habt, klickt euch raus. Also das ist einfacher. Das merken wir nicht so stark, als wenn jemand aus dem Saal aus dem Publikum geht. Ja, das finde ich total super. Ich wollte dich nämlich eh gerade fragen, was sind deine Tipps für alleine zu Hause sein? Aber den hast du uns ja quasi schon gerade gegeben. Insofern sage ich, vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Livestream warst. Ich hoffe, wir verlieren alle nicht den Humor, auch wenn es schwierige Zeiten sind. Und ja, vielleicht sieht man sich irgendwann wieder. Vielen, vielen Dank. Vielleicht in deinem Livestream. Danke euch. Ciao, ciao. Ciao. Yes, das war cool. Ja. Finde ich gut, dass sie sich zusammentun als Comedians. Ich habe auch gesehen, es gibt jetzt so DJ-Sets aus Berlin live. Das habe ich gestern gesehen, das fand ich ganz geil. Bei mir in der Timeline waren ganz viele und waren gestern zu Hause am Tanzen, weil sie die ganze Zeit die DJ-Sets gehört haben. Ich kann mir vorstellen, dass unser Kollege Tim, der fährt nämlich auch total auf Techno an, der hat die bestimmt auch schon gesehen. Der hat zu Hause auch schon getan. Ich muss ihn gleich fragen. Ja, es ist glaube ich auch einfach total wichtig, dass man jetzt gerade irgendwie auch Unterhaltung hat. Gerade für die Leute, die vorbildlich zu Hause sind und die halt nicht in den Park gehen. Ja, voll. Ja. Genau, was anderes. Ich bin mir sicher, dass vielleicht diejenigen von euch, die in der Stadt wohnen, bestimmt auch so ein Stammkiosk ums Eck haben oder ihre Eisdiele, wo sie ständig hinrennen und so weiter. Und das gibt es ja im Moment alles nicht, weil diese Läden haben alle zu. Und deshalb wäre es doch eigentlich cool, wenn wir jetzt nicht anfangen, ständig nur bei Lieferando zu bestellen oder bei irgendwelchen Lieferservices und so weiter oder bei Amazon das Buch zu bestellen, sondern vielleicht Hashtag Support Your Locals einfach mal bei der Buchhandlung nebenan oder bei der Eisdiele nebenan, weil die überlegen sich gerade was und werden kreativ und das würde ich euch gerne einmal kurz zeigen. Hier gibt es zum Beispiel einen Post von einer Eisdiele. Total nett. Und die liefern euch das Eis nach Hause. Wie wäre es damit? Finde ich ganz cool. Ein Eis könnte ich jetzt auch vertragen. Ja, könnte ich auch vertragen. Aber einen Cocktail könnte ich jetzt auch vertragen in Zeiten von Corona. Deswegen genau hier, wie ihr seht. Eine Cocktailbar hat sich überlegt, ey Mann, wir dürfen ja nicht mehr öffnen, deswegen liefern wir den Cocktail nach Hause. Also Leute, so kann man sich die Zeit auch vertreiben. Wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und total kreativ seid, weil ihr irgendwie viel Zeit zum Nachdenken habt und geile Ideen habt, was könnte man eigentlich jetzt an Apps oder digitalen Produkten erstellen, die jetzt in der aktuellen Situation helfen, zum Beispiel, dass Lehrer mit ihren Schülern interagieren können, jetzt wo die Schule nicht mehr da ist, ihr aber gleichzeitig gar keine Ahnung von Programmierung habt, dann hat die Bundesregierung, auf all people, tatsächlich was für euch ganz spontan auf die Beine gestellt und zwar einen sogenannten Hackathon. Da kommen Programmierer und Menschen mit guten Ideen zusammen und entwickeln geile Apps, geile Ideen, um uns jetzt in dieser verrückten Situation weiterzubringen. Wenn ihr euch da bewerben wollt, dann schaut mal bei uns in die Infobox. Da gibt es alle Informationen dazu. Das kann man bis morgen, Freitag noch machen. Also ich würde sagen, nutzt die Zeit zu Hause, seid kreativ und stellt was auf die Beine, das uns allen hilft. Yes, damit wären wir schon am Ende. Ich finde es ein bisschen traurig. Ja. Ich kriege hier die ganze Zeit weiterhin Kommentare, dass wir den Abstand nicht einhalten, Ben. Ja. Also Leute, die Poolnudel, wir haben sie im Blick, wir versuchen diesen Abstand einzuhalten. Ich finde es aber auch gut, dass ihr alle so vorbildlich darauf achtet, dass wir das tun. Ich auch. Ben, uns schreiben auch die ganze Zeit Leute, dass sie es cool finden, dass sie uns zu Hause neben sich beim Kochen liegen haben und uns zuhören. Das freut uns total. Das ist total süß. Und uns schreibt ja auch jemand, das finde ich ganz witzig, Mariola schreibt bei Facebook, WDR aktuell, ey, ich habe einen Hund, kann ich jetzt nicht mehr rausgehen mit dem Gassi gehen? Doch, kannst du. Doch, aber alleine. Genau. Alleine. Und ich meine, dein Hund kann es, soweit man weiß, nicht kriegen. So. Und außerdem ist der Eberlin in der Wohnung. Also warum sollte man nicht mit dem Hund rausgehen? Ja, nö, sehe ich jetzt auch kein Problem. Na gut, also, wir würden uns total freuen, wenn ihr uns Feedback schickt, weil wir sind jetzt schon vier Tage dran und wir wollen natürlich gerne besser werden und uns interessiert natürlich auch, was euch interessiert. Also worüber sollen wir vielleicht nächste Woche sprechen? Schickt uns das gerne mal. Ja, ich bin ein bisschen traurig, für mich war das nämlich jetzt erst mal der letzte Livestream. Morgen kommt mein lieber Kollege Tim hier an meiner Stadt. Mimimi. Und ein Hinweis von mir noch, wenn wir morgen, nein, andersrum. So, morgen reden wir über Einsamkeit, Alleinsein. Alleinsein. Wir reden morgen über Alleinsein hier im Stream. Da könnt ihr gleich, wenn das YouTube-Video online ist, auch schon Fragen stellen, Kommentare stellen. Wenn ihr heute Abend aber schon allein seid, um 20.30 Uhr, telefoniert mein Kollege Gavin Karlmeier auf dem YouTube-Kanal von WDR aktuell mit euch. Das ist eine Call-in-Podcast-Sendung. Da könnt ihr mit dem über alles sprechen, was euch gerade auf dem Herzen liegt. Auch vielleicht, dass ihr alleine seid. Alle Informationen dazu gibt es auch in der Infobox. Und wenn ihr jetzt direkt noch was gucken wollt, dann schaut doch mal bei MrWissen2go vorbei. Der hat ein Video gemacht über Impfstoff. Die aktuelle Lage des Impfstoffs. Wie weit sind wir da? Genau. Und dann würde ich sagen, Adios. Vielen Dank, Ben. Tschüssi. Macht's gut. Vielen Dank alle, auch im Hintergrund. Bleibt gesund. Cool, dass ihr dabei wart. Was etwas kommt, dass ich das nicht 5000€ als wir ar